Bist du sportlich? Oder bist du nicht sportlich? Wie oft machst du Sport? Einmal pro Woche? Zweimal pro Woche? Oder sehr selten? Oder nie? Welche Sportart gefällt dir? Gefällt dir Fußball? Gefällt dir Basketball? Gefällt dir Baseball? Oder gefällt dir Skifahren? Welche Sportart gefällt dir nicht? Gefällt dir Basketball nicht? Oder gefällt dir Baseball nicht? Welche Sportart gefällt dir nicht? Noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Sportmachen! Werbster Jevendel Gewalt Däugat Däugat Däugat